Was zum Henker? Fress die scheiß Chili! Oh, und sag... Nee, ne? Sag mir nicht, ich muss das so machen, dass ein fremdes Tafli kommt. Eine... Pflanze attackiert und die dann frisst. Wie soll ich denn jetzt einen Red Hot kriegen? So ein fucking Glück brauchst du erst mal. So ein Scheiß. Äh, wie soll ich denn jetzt einen Red Hot kriegen? Ach, wie süß. Warte mal, ich hab ne Idee. Butterbrot. Mhm. Butterbrot gefremdetet. Sie werden irre hier halten. Das ist doch unglaublich. Ich hab so ein Butterbrot gefressen. Können wir mal ein paar Schleppenhäuser hier. Ich bin natürlich blöd. Der kann natürlich hier nicht rein, um das Ding zu machen. Kannst du uns helfen? Sherbet, 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 Sherbet. Nee, jetzt mal gerade nicht. Warte mal. Jetzt, jetzt mal, ich... Nee. Und das Moment ist das Buffer-Wort. Das heißt, pass mal auf. Ich hol jetzt ne Chili-Samen. Dann muss ich hafen, dass ein Tafelik kommt und den Chili-Samen frisst. Also die Chili-Pflanze fressen will. Da haben wir so eine Chili-Samen. Nochmal zwei Stück von. Passt. So, zurück zu den Objekten. Hier brauch ich nichts mehr. Ja. Dann gehen wir zu den Typen hier. Jetzt musst du alle Sachen. Hier alle Sachen. Klasse. Zurück. Hier müssen die Flanken nur ausgewachsen sein. Ja, muss dann fressen. Oh, mach hin. Das funktioniert tatsächlich. Ich irre. Komm her, iss es. Komm schon, iss! Ist das verfickte Boot jetzt! Oh Mann, weil es dunkel wird, haut er jetzt ab. Es ist doch zum Heulen. Nein! Greif doch nicht das an! Ich hab doch da ein paar andere Dinger, die du fressen konntest. Zum Glück hab ich noch ein paar nachgebaut. Schöne Scheißteil. Na, komm schon. Mann, wie soll ich denn jetzt ein Red Hot kriegen? Verdammte Wichserei hier, ey. Fress das doch bitte! Und was ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, da tinkern lasse? Vielleicht macht er jetzt daraus irgendwas Chili-Einlauf oder sowas und das frisst dann die Tafli erst. Vor allem, dann musst du das Glück haben, dass dieses, äh, Dragonfly, das Ding überhaupt besiegt. Weißt du? Ist mir noch lange nicht gesagt. Also, ich mach gleich mal Feierabend. Ich muss heute um neun ins Bett. Wir haben jetzt 17 Uhr. Vier Stunden hab ich. Ich will noch ein Video mindestens rendern lassen. Ach du Scheiße. Ein Video rendern lassen, mindestens. Und zwar das COD, weil... Eine Stunde dauert dann ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob er es... Bis 19 Uhr geschafft hat. 21 Uhr. Tinker nicht möglich. Super, das wird auch früh gesagt. Hast du schon das Geld bezahlt und das Ding kann nicht möglich? Wie um alles in der Welt soll ich jetzt noch einen Tafli hinbekommen? Da muss ich mich auf jeden Fall mal informieren. Wenn ich einen Retort kriege. Da ist so ein Buch auch gar nicht beschrieben, wa? Tinker nicht mehr. Wir haben fast Schwanana hier drin, wir müssen noch ein Brötchen foddern und dann haben wir Schwanana auf jeden Fall schon mal am Start. Dann lasse ich zwei Schwanana jagen, eine Schwanana jagen. Und hole dann das Krokodil wieder dazu. Oder zwei Fressen, da habe ich noch keinen hier. Ah, es ist doch zu mal. Jetzt habe ich noch eine Idee, warte mal. Das könnte auch funktionieren. Ja, wieder reloaded so wie Switch auf ProSieben. Fange ich zehnmal an zu quatschen, aber habste verschwiegen. Nee, das ist wichtiger als Geld. Keine Wahl, doch sie fällt inmitten von uns auf dem Boden wie die Träume von gestern. Ich hätte dir gern öfter gesagt, ja wie stolz ich auf dich bin. Aber leider war mein Ego dagegen. Lass drüber reden, aber ob das dann was bringt, wenn du's nicht mehr miterlebst? Dieses Leben hier ist schnell und je schneller du gehst, desto langsamer vergeht der Schmerz. Scheiß mal auf Reime, ich brauch keine krassen Skills, um zu sagen wie ich leide. Das passiert kein Problem, Menschen kommen und Menschen gehen. Aber ganz tief in mir drin, werd ich dich wiedersehen. Dich verhalten und beschützen, so als wärst du mein Kind. Ehrlich, ich denk nicht drüber nach, so als wär's ein Instinkt. Du bist krank und wirst alt, alles schneller mit der Zeit. Aber diesen einen Wunsch, den hab ich noch frei. Das passiert tausendmal jede Stunde und Sekunde. verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden. Machst du mit der Traumfrau Schluss? Sind die Eltern so krank? Das passiert zigmal, aber fick den Verstand. Das passiert tausendmal jede Stunde und Sekunde. Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden. Machst du mit der Traumfrau Schluss? Sind die Eltern so krank? Das passiert zigmal, aber fick den Verstand. Du hast nichts unter Kontrolle und du spielst dir was vor. Die Entscheidung, die du trafst, halte ich dir nicht mehr vor Sowas passiert, jeder macht Fehler, meiner war's, dich zu verlassen Ich liege nur noch in Ketten und fang an, mich zu hassen Manche Momente sind zu leer, aber bitte sag mir wer Klopft mir jetzt noch auf die Schulter und sagt, es ist nicht schwer Es tut mir leid, sowas passiert mir das erste Mal Ich reise in der Zeit zurück und treffe eine andere Wahl Wenn ich könnte, würdest du verstehen Und all die anderen, diese Zeilen sind nicht nur so geschrieben Es ist mein Leben, aber auch das ganze Leben vieler anderer in einem Text Zeigt, dass wir gleich sind, jeder hat mal Es passiert, dass wir Entscheidungen bereuen und uns verstellen Statt zu weinen, zu lachen, wenn wir's gar nicht wollen So ist das Leben, jeder Einzelne ein Teil von diesem Ganzen Deinen inneren Konflikt tritt auch jeder in sich Das passiert tausendmal, jede Stunde und Sekunde Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden Machst du mit der Traumfrau Schluss, sind die Eltern so krank? Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand Das passiert tausendmal, jede Stunde und Sekunde Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden Machst du mit der Traumfrau Schluss, sind die Eltern so krank? Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand Du brauchst Hilfe und du suchst zu viel Steine im Weg Weil am Ende dieses Tunnels nur Verzweiflung steht Ich brauch mich nicht mehr korrigieren, alles bleibt in schwarz Wenn du hoffst, es wird besser An diesem Tag hast du die Fakten ausgeblendet Es passiert, dass du verlierst In diesem kleinen Platz, wo du innerlich dann stürst Ich hätte früher gesagt, doch hatte Angst vor deiner Reaktion Es passiert, ich hab die Augen verschlossen An manchen Tagen ist es schwer Ich erinnere mich daran, wo wir früher beide waren Und es geht zurück zum Anfang Und sie schießen auf dich, du siehst Erinnerungen schwinden Und meist kommen die Neider mit dem Messer von hinten Du willst den Schmerz überwinden, doch leider liegst du da allein Mit dir, die Gedanken, sie verfliegen In der Zeit, so was passiert Jeden Tag, du darfst nicht aufhören mit dem Kampf Darfst nicht aufhören mit dem Kampf Das passiert tausendmal, jede Stunde und Sekunde Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden Machst du mit der Traumfrau Schluss, sind die Eltern so krank? Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand Das passiert tausendmal, jede Stunde und Sekunde Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden Machst du mit der Traumfrau Schluss, sind die Eltern so krank? Das passiert zigmal, aber fick dein Verstand Bis zum nächsten Mal! Je leid und zurück! Ach, diese Dingungen für das Reifen. Das Reinkorn habe ich natürlich nicht erfüllt, weil keine 3 von denen oder 12 von denen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann brauchen wir keine 4 Stück. Kollege, du machst es mir echt nicht leicht. Ich meine, muss das so sein, ganz ehrlich? Ich. Ich. Fertig! Dummes Arschvieh! Gibt's doch nicht, Alter! Heute war ein guter Tag für die Kunden! Doch immer... Banana, du hast das Brot vergessen! So ist es! Alter, willst du mich jetzt verarschen? Komm her und friss das fucking Brot! Du bist brav! Ja, Kicher noch, du Blödsvieh! Ja! Ich lass mir nix sagen, mir egal was ihr denkt, du bist heute top! Morgen Floppe zwölf! Wuhuuu! Schwanana! Schönes Ding! Guckt euch diese Schönheit doch mal an, Alter! Ohne Witz! Wunderprächtig! Super! Hat sich endlich ausgezahlt! Schwanana! Ey, das war gar nicht mal so leicht, Digga! Erstmal 200 Kilometer hiervon, dann nochmal 50 dran, damit es... ne? Was ist denn alles... alter Schwede, ey! Schwanana hat sich auf jeden Fall ein Häuschen verdient, aber... Ganz ehrlich, ich werde jetzt herausfinden, wie man so einen Retrot kriegt... Warten mal, diese Bier nochmal... Na, schauen wir jetzt mal ganz schnell nach... Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's, 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 wo haben wir's? Wart! Zack! Dragonfly... Aber morgen ist es leer Alles läuft verkehrt Aber du weißt ganz genau Es gibt jemanden da draußen Und dem kannst du auch vertrauen Menschen kommen und Menschen gehen Es ist wie eine Reise Kannst du dir euch zu glauben Red Dot oder wie das hieß Keine Ahnung, nee Nein, ich glaube nicht Weil wir das selber noch nicht wissen Dinge ändern sich mit der Weine Hast du begriffen Dass ich tausend Wörter treiben kann Doch haben sie einen Sinn Diese Wiki ist das Ziel Aber wo wir das sind Speichern und Bänden Ich bedanke mich fürs Zusehen Und hoffentlich sehen wir uns Irgendwann mal Online Nein